Hier sehen Sie das Bell Rock. Das ist das Luxushotel. Hier ist ein Wasserspiel. Gegenüber ist das Colosseum. Der Matthias guckt hier gerade so schön. Wie gefällt es dir hier, Matthias? Mir gefällt es hier sehr gut. Der Europa-Bark ist super schön und die vielen Themenhotels. Und es ist einfach wirklich, ja, traumhaft schön. Muss man mal gesehen haben. Hier ist dann noch ein Fitness und Spa. Und das Allerschönste, ein ganz großer Leuchtturm. Und da laufen wir jetzt mal hoch, Matthias und ich. Wir freuen uns schon. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.